ja wir kommen zu einem weiteren part von autos 2 ist direkt hier wirklich krass weiter wir sind in dieser bibliothek da und wir werden von diesem komischen wesen verfolgt mein gott nein 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 noch eine sackgasse ich bin da und es ist zu kassen weil das ist zu krass ich will hier raus oder ist nein 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 schon wieder in die sackgasse gelaufen das gibt es doch nicht vollkommen hier vielleicht das gibt es doch nicht diese musik ist halt so krass der ist irgendwo hier ich glaube die ganze da hinten ist ein ausgang glaube ich ja hier muss der ausgang sein ja format das liegt in der ferne gesehen dass er uns den arsch gerettet und ein dieser musik geht noch weiter nachladen schnell 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 kabel doch dadurch die musik geht aber noch immer weiter diesen verband wenn meinst du denn mit dem er kommt das ist doch immer dieses monster gemeint oder da hinten sind weiter raus wieso ist diese schule auf einmal so schief das bricht doch gerade hier ein oder nicht oder ist hinter uns wieder ja da ist sie ja komm her ich helfe dir ja wir sind wieder in der normalen welt das ist so ein ketzer glaube ich oder so ja kann ich hier raus nee natürlich nicht ich höre sie wieder warte mal muss ich da wohl drüber klettern wahrscheinlich oder ah hier ich sehe es schon weil das bringt sich gar nichts man hört die ganze diese ketzer hier so stöhnen und so grunzen und sowas keine ahnung ja hier muss man drüber das muss das sein oder wie viele dinge haben wir aktuell eine nur leute eine dinge haben wir verbände haben jetzt drei folgen glaube ich kein einzigen gebraucht oh nein wo geht es jetzt hier hin ja 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 also die sind ja wirklich komplett wahnsinnig oh mein gott ich will gar nicht weitergehen leute ja interagieren da muss ich irgendwas aufmachen weil da kann ich das zumachen ja der wollte da durchkommen der arsch hier ist ja da was zum klettern oder so ist das eine batterie wie komme ich da rüber aber da muss ich nochmal aufmachen ist zwar lebensmüde aber wir brauchen die batterien leute schnell 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 irgendeine notiz keine ahnung wir sind irgendwo hier ja 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 zumachen ah ich muss da oben drüber oh nein der macht das ding auf komm schon schieb oh mein gott hoch mit dir junge heilen 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 oh gott die kommen immer aus dem nichts irgendwie das ist das krasse bei denen die kommen wirklich immer aus dem nichts verfolgt uns da irgendeiner ne ich glaube nicht aber hier sieht man relativ gut ich höre irgendjemanden nochmal dumm schlagen ok da unten ist eine batterie da müssen aufpassen da vorne ist einer entlang gegangen da unten ist noch ein verband auch ok na wir sind wieder in der Schule oh nein weg 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 wie oft kommt diese Schulsequenz jetzt mittlerweile lauf 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 irgendwo verstecken oh das ist eine Toilette oh es kommt es kommt rein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ich bin tot ja ich bin tot ich glaube das war gewollt oh mein gott vielleicht ich kann langsam nicht mehr in dem game draußen ist einfach nichts da ist nichts schlimmer als jeder Albtraum hier leute oh mein gott oh mein gott ich bin tot ich glaube der durchlebt ich glaube der durchlebt ein Trauma das muss einfach so sein du bist nicht böse nur verwirrt oh nein hey wer ist das denn lass mich dir helfen lass mich dir helfen ich weiß noch was ich jung war was ist das denn was ist das denn aber der hat diese der hat diese Narbe auch da wie dieses Monster ich will ich will dir erzählen ich will dir erzählen ich will never let you go ich will never let you go glaube ich steht da und die Batterie wird wieder knapp und wir haben nichts mehr oder ne eine haben wir noch unsere letzte Batterie Leute das haben wir schon lange nicht mehr gehabt blockiert ah hier kann ich raus oder naja und ich bin wieder in der normalen Welt wir sind noch immer in diesem Minending aber wir sind noch nicht im Mineneingang Leute ok als ob es hier so Blut regnet das bildet sich da doch auch ein oder nicht das kann ja nie im Leben echt sein als ob es hier so 5 Tonnen Wasser also so hunderte Dinge regnet hier ja kommt da einer raus oder was ich muss da oben rein speichert aber wir scheinen ganz oben angekommen zu sein jetzt dachte ich da liegt jemand aber wir brauchen echt langsam Batterien Leute interagieren ah hier liegt eine ok hier kann ich nicht weiter oder na ich muss da rein oder oh mein Gott weg 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 oh nein ich bin falsch hier ah hier 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 die sind genau hinter mir ja hier rein oh mein Gott ah ne ich bleib mich stehen ich bleib mich stehen zu gefährlich Leute einfach weiter krabbeln ja die kommen da oh mein Gott krabbel schneller Junge ja die kommen da ok eine Katzin wieder ok Leute wir hören uns ok Leute wir hören uns oh da da ist der Elevator für die Mine sehr gut na ich höre hier schon wieder oh mein Gott oh Gott sind die schnell ok ich brauche eh nicht die Lampe hier oh mein Gott Sliden Junge Oh Gott oh Gott oh Gott Oh Gott Wir sind genau hinter ihr So ich will das Kind zum Heilen Leute ich weiß nicht Ne ich glaube nicht Hier durch Wieso slidet er nicht rennen 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 Junge Boah, ich sehe gar nichts Ah, renn doch Oh, ich bin schon so verletzt Hallo, renn doch Oh mein Gott Okay, wir haben es geschafft Oh Gott, wir heilen uns mal Okay, jetzt wird es mittlerweile wirklich knapp Ja, wir kommen in die Mine, Leute Ich kann sie immer noch retten, Jess Ja, wir merken schon Er dreht vollkommen durch Oh mein Gott 120 Feet, das ist so tief Oh, scheiße 440 Feet Mann, ist das tief Muss ich hier raus, nee Oh mein Gott, Leute Wo gehen wir hier runter Als ob das so tief ist 800 Feet Kann ich jetzt hier raus? Ja Okay, ich höre keine Ketzer Ah, hier kann ich Raus Oh nein Ja, Leute Und da sind wir im Finale des Spiels angekommen Wir sind in den Minien endlich angekommen Und jetzt wird es auf jeden Fall nochmal mega schwierig hier Findelin Findelin ist auch das aktuelle Ziel Da ist eine Batterie direkt Oh mein Gott Okay, die Mini ist auf jeden Fall auch sehr instabil Das heißt, wir müssen uns beeilen Sie zum finden Oh nein, die sind auch hier unten, diese Ketzer Oh mein Gott Oh mein Gott Ist das krank Ist doch irgendwas Okay, Leute Ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Bad weiter Wir sind endlich in den Minen angekommen Jetzt kommt das große Finale des Spiels Auf jeden Fall seid gespannt Bis dahin Und wir sehen uns Tschau